Heute mal ein kleines Konzertchen, die ist nämlich die Craft Beer Days, oder Craft Beer Festival, Craft Beer Market. Heute spielen wir auf dem Craft Beer Market. So, jetzt müssen wir mal unsere kleine Kamera zum Punker umwandeln. Wie heißt er denn jetzt? Was ist dein Punkernamen? Du kennst dich doch damit aus. Dose. Dann ist es Dose. Ja, über alles viel, alles schon gesehen, nichts davon erkannt und... Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, ja, nicht ganz, ne? So, wir sind wieder im Auto. Wir sind fresh. Wir sind so scharf. Wo stehst du? Wir sind da. Moin. Ihr seid berühmt, oder nicht? Ja, ne berühmtes Anzeige. Bei Spotify seid ihr dann auch. Der beliebteste Song ist Deine Kammer. Sag mal, wohin gehen wir gerade? Wo sind wir denn hier? Was ist das? Das ist bestimmt irgendwas Bekanntes, ne? Hier, dein Köppelchen. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Jetzt haben wir ja unseren lieben Tennis, unseren lieben Mitfahrer Tennis gerade am Bremer Hauptbahnhof rausgelassen. Das war richtig gut. Die Leute haben so schön mitgesungen. Richtig schön mitgesungen. Das war ganz toll, ja. Wenn man es so wie du es gern hättest, stell alles um wie du es brauchst. Ich mag es jetzt schon. Ich mag es jetzt schon. Ich mag es jetzt schon. Also, wenn man es nih...